was bei Kammberg zu und hätte mein Kraft wir spielen heute wieder mein Kraft Prozent also Hexel besser gesagt und ja es gibt die müssen jetzt am Ende noch einen Tauer ein da und in denen den dachten wir uns den Hand nehmen wir jetzt mal noch aus der sich gestern die Spiele Geld die da oben verkündet also viel Spaß da oben Prozent da unten man nicht ich hier hoch war Ortaus oder nicht oder ich bin das nenne ich mal so ein Spinnen im Massenalter aber ich so wie sie kommen und der Scheiße muss ja bei der Mannschaft nehmen hoch jetzt ein Jahr Märtyk ist Sensen halt dass da viele Zombies das darf ich hochkommen zu dir und dir helfen ich schätze sie gerade alle Menschen die Mannschaft weg okay können wir stehen weiter Junge bis so tot wenn du mich reinläufst doch noch einmal heißt dass da viele spinnen und was ja ja dies wollen jetzt gerade alle an ich weiß was was ich dachte du machst das Bonner kaputt Junge sie wird es jetzt dass da jemand ins Team und damit was ein spiel geöffnet hat war die kommen von oben runter geflogen oder wachsen ist viele auch zu ich kann nicht ich hab kein Koppelstone doch ich baue schon hatte das vor zwei stück sogar glaube ich die kommen die Treppe runter gescheißert okay egal au au alter blöder Zombie als ich es nicht er hat eine Mama das ist sehr folge die Tau zu sein zu kaputt sind das nächste zum wir brauchen jetzt mal was zum abgleistern ja ich bin ich habe genug also ich habe genau ich glaube aber das drunter weg dann kann ich was das weiter hier ist so so hat ein Teil der Anisarien als da relativ viel Schraub drin im Vergleich zum davor also ich nehme mein Tor kurz auseinander ich habe schon ein von den Sporn und alter musste die Blöcke unter mir weg machen habe ich nicht doch ich bin unter der Falle ist obwohl ich es gedrückt habe was jetzt von der Welt so um das ist komisch also es ist ein wenig muss schwer kaputt haben nein ich will ich will den Hütten nicht die Töten alter wenn sie vor allem wenn sie man nicht legen würden ich brauche das geht damit der Spinne wird so falsch war die sind alle da oben dringend alter 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 das war er ist immer so weit da oben ist eine er ist ein Thema ohne mit nur von 150 Leben das ist genug Kloppi Tod Kloppi Tod Kloppi Tod alle der kann nichts die Köln der Haut es tut das war eine gute Aurestau scheiß drauf ist das passiert nichts so weit ich sie nur bis jetzt doch erst erst mal Kiste Lu das ist wichtiger dass nichts der Schatz drin wen das ist er schon von unten gelootet ja da waren nur da waren ein bisschen schon und siehe ich bin tot h die Krupp und ich habe die falsche Taste gedrückt habe ich doch gar nicht schlagen die Karte ich muss eben mal kurz aus dem Tauer raus er schaut bitte auf ein Zeug auf ich kann auf kein seiner Zeug aufschauen ich muss runter ich will nicht selbst krippieren okay es geht Respawn so geil aaaah und ich wieder zurück bis zum Umfallen du er unten bist kann dir eigentlich nicht mehr viel passieren ich hoffe bloß weil solche explodiert jetzt nicht jetzt Respawn doch mal scheißverkacktes Hexzit alter nein dein Zeug legt hier unten ich war heiß ich bin noch runter geflogen alles gut ja so noch so lange das Ding nicht ist kann ich capturen nein du katschig war es durchscheiß die Zeug du hast du eine Meteorite ähm Axt ich muss schwimmen ich muss schwimmen ich muss schwimmen ich muss schwimmen nein ich bin jetzt das erste Mal krepiert und dann halt gleich auch so weit dass ich ewig laufen darf Alter ich darf da hinterlaufen da verhunger ich auf deinem kommt wo ist denn es darf ich mir jetzt auch noch okay klar also denn es darfst wir gerade um mich herum ich beobachte also ich schaue auf ihn auf ja dann bauen wir besten die Kiste wo du alles reinschiebst hier haben wir unser anfang unsere anfangshütte gebaut da bin ich jetzt gerade mal eben die Kiste und die kommt jetzt einmal einmal dein um hat er was dort alles drin hat ist du hast viel mehr Zeug weil du weil du eigentlich fast alles gut ist wenn wir was wenn wir irgendwo looten haben hast du das ganze Zeug das ist so lieb du hast ne Hookshot ich weiß das ist meiner lass den ihr will ich wieder haben Herr Kroft die hast du lol ja und nur mal ein bisschen unter den Kisten denn jetzt nur mein Rucksack Süßes und einer nicht bist voll neidisch gibt's hier ist ein Wüsten Turm da möchte ich schon reingehen ich hätte nicht auf dich hören sollen was das betrifft damit dann normal als nichts passiert ich hätte nicht darauf hören sollen das ist mit Fehlbogen ja weil der Turm explodiert von oben nach unten und ich habe auch halt da oben das letzte Mal wo ich das gesehen habe wo ich gesagt habe dass da nichts passiert also worauf ich mich da bezogen habe da war ich halt unten drunter und der explodiert von oben und dann war es schon wieder vorbei hey wir sind fast bei der Pyramide Lukas ich bin bei der Pyramide ach so dann komm mal bitte zu mir damit ja ich glaube schon ich habe immer noch neun Keulen das ist unglaublich viel dafür dass ich jetzt eigentlich schon so weit gelaufen bin und bei wenn man Schweine verbrennen lässt dann kriegt man auch eh schon gebratenes Fleisch juhu ich kann jetzt Essensfarmen so viel ich will ich nicht immer gebratenes Fleisch von den Viechern das ist das geilste das ist echt cool ey ich wollte mich dafür ja alter hier ewig rumlaufen äh ich habe einen Schmiede gefunden die einfach so in der Pampa steht ist das drin keine Ahnung ich sehe dich ach so hat es bei dir auch gerade geleckt so kurz ganz kurz war es und die Lecks gerade im Moment das ist scheiße war ein Mensch sei ein Bock einen Schaden den Bokern mit Ludwig Mann du bist ein Kack Spaß ist das hey was ist das für ein tolles Gebilde ich muss selbst hinlaufen und mein Zeug holen was kann eigentlich Ludwig äh da kriegst du mehr Fleisch zum Beispiel oder halt eher zum Begriff hinzu du kriegst mehr und seltene Items kriegst du öfter sozusagen wie Glück fürs Schwert ich erhol mir Fleisch zum Essen yeah ich lauf zu meinen Items und sehe dass sie explodiert sind yeah yeah und töte dann Uli deswegen warum ich hab dich ja nicht ich weiß gar nicht wie ich dich getroffen aber ich hab echt nicht zugeschlagen du kannst das Video danach gleich mal anschauen noch ich reiß ihm dann den Kopf ab und scheiß ihm in den Hals nee du lass mal ich finde das ist irgendwie eklig was ist das denn für ein tolles Gebilde so hier müsste jetzt irgendwo der Turm sein wenn ich ihn denn finde der ist eigentlich gleich daneben ja ich hab den Punkt ein bisschen falsch gesetzt hast du es direkt oh unsere tolle Schlucht ich hab unsere tolle Schlucht wieder gefunden ach ne wir waren ja gar nicht bei dem Turm scheiß jetzt muss ich zu dem anderen laufen fuck ich bin jetzt zu dem im Schneebium gelaufen also ich stehe genau vor dem Turm jetzt ja und ich bin zu dem im Schneebium gelaufen aber das war eigentlich voll der Noob Tower Boss wenn ich mir so recht überlege ja wir haben auch schon OP Waffen ich mein Schärfe 5 ja gut das Schärfe 5 haut schon rein ja 12 Schaden pro Schlag oder mehr ich hab jetzt 3 Zombie Köpfe und ich brauch sie nicht ich hab 5 oder mehr oder mehr oder mehr oder mehr oder mehr mach weil irgendwas farm irgendwas bis ich da mal beim Turm bin weil ich hab jetzt kein Essen mehr ja ich kann dir dann schon Essen geben ja ne ich hab Essen in meinem Zeug ich bin jetzt beim Turm ich suche jetzt mal eine Küste wo mein ganzes Leben drin liegt im Prinzip hier ist der Iron Booth gut explodiert dann die oberste Ebene oder so und das die Ebene einfach reingehen ja ne explodiert dann nur die oberste Ebene wenn man den tut wird kann es sein nein da explodieren bis zu drei Ebenen glaube ich ja so weit war mit der Ebene runter ne auf die zweite Ebene sogar runter explodiert da ist teilweise Zeug dabei das was ich nicht gehabt hab was denn aber egal ich hab einfach mal ein lauter Zeug aus meinem Ende da rauskackt das ja wenn ich dann am Ende Rucksäcke hab dann passt das schon also das Obsidian ist das deins ja ich hatte irgendwie kannst du eigentlich behalten ich brauch's nicht ok ich hab nämlich sogar einen Platz wo ich's draus decken kann so dann jetzt muss ich immer wieder meine Ausrüstung hinbauen und so dann hast du noch meine Fackeln ähm ja hab hab ich tatsächlich hab ich deine Fackeln cool ich hatte erst doch ein paar Fackeln wo ich ähm wo ich's draus decken konnte wie viele hattest du hm gib mir mal einen halben Steck so viel müsste ich ungefähr gehabt haben keine Ahnung das ist gut weil das habe ich gehört ich habe ich gehört schön kommt hier ja siehre ist so aus es geht ohne das ist kein Essen oder doch ich hab genug Essen ich hab mal die Städte und so hab ich alles alles also auf zur Pyramide ich muss mein Feuerzeug mitnehmen sonst kann ich unterwegs nicht rauchen oh gebrannt das Kohlfleisch ist auch gut auf zur Pyramide wir schnetzeln sie also wir schnetzeln sie fertig Alter da kannst du zu essen fahren ich hab jetzt 15 Leder einfach mal instant gekriegt weil ich 3 Kühe gehüllt hab ich ähm auf der Map sind fallen noch 2 andere Pyramiden zumindest bei mir die sind ziemlich beim Spawn die Pyramide die ähm Steelmonster und Ding eigentlich ausnehmen wollten sollten müssten ja ne also ich hab kein Dreckhaus gesehen also es ist wahrscheinlich nicht dieselbe nein stimmt das ist nicht dieselbe aber auch eine Pyramide hey da hinten ist ein Ding Tower ein Wüstentower ja zuerst die Pyramide oder zuerst ein Tower ja der ersten Tower Tower mag ich immer viel lieber da wo wir grad sind da haben wir jetzt eigentlich grad ganz schön Glück weil hier ist irgendwie also links ist ein Tower nach unten rechts ist ein Tower rechts ist eine Pyramide und dann vorne ist noch ein Ding Tower ein Wüstentower oh der sieht ausgeräumt aus naja ist er nicht wieso da wäre er dann Spinnen die mir was anhaben könnten so schon so aus ja das ist schlicht äh naja ich meine auch ich stackbares Zeug kann man mitnehmen nie Nenni was bei mir dann dezent leckt wenn du schon im Tower bist solange du mich nicht mit einem Feuer schwer schlägt ist alles gut obwohl ich Feierprojekt schnörb und zwar auf meinem Helm und auf der Brustplatte Lass mich mal die Kiste auf mach ich mal die Kiste auf nur zu sehen wie es denn leckt jetzt habe ich dich fast überholt du blödes vieh ja hier ist einfach nur scheiße drin ja ich habe die schon ausgenommen weil jetzt waren lauter so schöne kisten die kommt man gleich mitnehmen wo auch alle gemacht wieder unsichbar ach da bist du so lange wurde von mir immer nachzugucken da bist du ja das ist ein paar Ebenen gemacht bis ich mal die ich eingeholt habe beziehungsweise mein Leg auf die Taggeist ein entdeckt geschenkt bekommen ich glaube ich mit dem zombie fuß wie geil es halt ist Fick dich scheiß Skelett alter oh Kohle man die Kohle ist für mich Kohle das tollste auf Erden instant weg kloppen warte mal kurz was umstellen hier repair friendly refill off weil das nervt ah hier fliegen brände Zombies durch den Boden da oben ist toll geil bei mir passt wieder nix mehr in den Winter weil ich auch wieder so wie kack im Elementar ab ich glaube ich mit dem zombie fuß aber ich werde nach oben ja ich mach die nächste Ebene schon ok dann mach ich da ich die Ding gleich mal weg das Scheiß drin ja elektrisch gesenzen er hat es die Endeffekt mit mir mehr also ich mir gleich mal nicht sieben ich muss es mal wieder Platz schaffen weiter wir sind zu empfehlen oder irgendwie das ist langweilig gut das ist gut wenn die OP sind aber er kommt so auch noch ein gescheitert aller ich bin immer mehr Schaden von euch genug ich brauche Lieder das ist schlecht also nicht mehr oder ja ich habe ich habe wieder ohne Ende ich werde bist du 20 h du blitzig ich finde ich viele dreißig jetzt du bist ja auch der Luther King ich bin ein Bluten hat es eigentlich zu tun doch so in etwa Loppelbauer wenn man nicht vorne auch als Lutzeltern bis zu den Luther King mal ich bin so an die Sorge der Kuh nur noch nicht lang die ich mag spielen ich bin nicht nett Geld ja gut gehen kann das ist gut das ist ein das Geld alter lassen nicht doch uns wie er liegt als er so zu tun ist ja wie ein Kapi Blutert die Kiste ich sehe es mit jemanden mit Doktor Ibel ich hab mal aufstammt wenn der lukas verschlägt eine blutung fiel ich da was er ist mit jauerhaft nachdem ich vergiften mich die höhlen spinnen bei hexen nirgendwo mal ich glaube gleich mal das hier ich will nicht will nur natürlich wird er kein zeug mehr haben an einer aufzulegen er hat 250 leben ist es starker kommen jetzt um die mussten kloppen jetzt meine leid ist mir auch wurscht schaffst du den ja ich habe ihn geschafft ich muss auch aber wir schaffen sonstigen brauchen die Chess scheißegal die zwei es noch freundlich ins Grunde geht das man vor ihnen weg ich habe 16 Diamanten von ihm gelegt und mich herumspieler der Zeug die auch nicht auch ich brauche die ich brauche aber auch in die Göl fahrg 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 alter Wolle ich glaube das Leben explodiert ja das sind einige eben explodiert es wird laufen nicht dass er noch mehr zu werden hat er Rift Play und alles mögliche ich habe es ein Rift Play Loll Prozent Uli er kommt der Ex-Gerder weiter probieren ja ich bin jetzt mal ich bin jetzt mal weg ich bin jetzt mal weg vom Turm es explodieren kann wenn er will ich brauche nämlich jetzt mal Leder um mir Rucksäcke zu machen ach du Kacke so da kommen jetzt mal die Knochen und das Zombiefleisch rein und das mal eben was alter das ist so unnötig was man da teilweise kriegt ja sehe ich auch so wie du so das sind dann bei euch auch hier hin an Boden was schmeißt man weg was schmeißt man weg so wie viel hat es von dem Turm zu wissen wie viele Ebenen sind noch da zwei in mir scheißegal ich sehe nichts mehr vor lauter rumgelegge ja hier draußen liegen auch noch Sachen die sammle ich gerade ein ohr alter endlich jetzt aufkürzt ich hab ne Knochensense jährlich was den Knochensense also der Tauer ist ausgehauen weiter geht's ja jetzt laufen wir zur Pyramide nein und was liegt denn da jetzt wieder ihr okay können wir machen wir können auch den Tauer nach unten machen aber die Pyramiden sind immer lustiger ich muss jetzt mal kurz Pilzok befressen dass die Schüssel dann wegwerfen kann Alter wir jetzt fast in das Loch rein fallen es nervt es nervt dass die Meteorite Rüstung alles anzieht ja ich glaub ich krafte mir da jetzt was anderes mal das nervt mich echt extrem ich warte einfach bis sie kaputt ist schauen wir mal ganz oben rein in das Ding wie es die anderen gemacht haben hallo Freunde seid ihr gefährlich ah Lukas bist du gehst da unten rein gleich bist du schon drin in dem Teil ja ich laufe schon blöd rum bleib mal stehen und warte mal auf den Uli ich hab den Gang gefunden der nach unten geht äh nö das ist ein Schacht ich mag keine Schicht die Schicht Boah das ist ein Boah das ist Lava das ist uncool hä? ich hasse solche Scheißband ich bin sehr saulustig wie man hier wie man sich hier verirren könnte wenn man Steven so heißen würde nein das ist wieder Lava hallo 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 Herr Goethe Tia Alter ich will jetzt einfach durch ich weiß wo es nach unten geht mir krass egal ich baue mich gerade einfach doch alles durch oh da müssen ja freilich ja siehst du noch nicht am Arsch Alter ich ah ich bin Uli yippie was hast du gerade gemacht oh Lava oh da ist ein mega fetter Schacht ja da würde ich mich runter bauen Herr Uli na ich schaue einfach mal bisschen weiter noch ok ich geh schon mal runter ne eigentlich sollte ich uns da runter bauen seh ich auch so ich geh schon mal ja geh weg ich geh da bloß hinter dir ich seh das da unten eine Alter du nervst ja ich weiß so bin ich aber da wäre eigentlich von einem Eingang direkt hinunter könnt Vorsicht Vorsicht nicht zu viele auf einmal schlagen das war dumm das war so dumm ja genau das war dumm das war richtig ich bin von einer Mieter und der Fliegen im Pfeifen hast du die Kisten gelootet da ist nur lauter Scheiß drin ja und unten heißen hellen jahrt die oder Prost soll du passt ja das Volk nicht das wird das sind das geht noch ein bisschen länger Geld was ist denn der Städte rum das war so ein Schelettsporer ein Schelettsporer ein Schelettsporer äh glaubst du dass da was passiert wenn ich hier den Diamantblock rausklappt ich erstmal dahinter dass du siehst was da passiert warte mal ich kümmere mich mal um die Skelette hä eigentlich kann irgendwie nichts passieren komischerweise ja nein ist das Sand drüber der runterfallen könnte ja dann ist ja gut hast du auch wirklich dahinter geschaut ja nö hab ich nicht aber ich hab noch nicht abgebaut Lukas wo bist du hin ich war unten rum und hab die Spawner gelootet ja aber was ist ja ja da war da hinter ist Lava hinter der Sandwand Lava jetzt sind wir gefangen sieh ich nicht ein das machen wir nicht das klasse ich mich das mach du schwimmst du die Lava hoch nö ich bau da einen Block vor die Lava Junge so schwer ist es nicht ich folge dir ja das glaube ich auch durch die ich bin durch die Pyramide schiebt Alter waschloch waschloch die Pyramide ist viel zu einfach ganz ehrlich die Pyramide ist echt viel zu einfach wo bist du auch du bist am anderen ein ausgang ja ich renne einfach mal zu dir rüber ist das ein Meteor-Cat ne das ist irgendwas anderes das ist genau die vergiftet die schießen die schießen die schießen das ist so eine Eidechse sie gelb gepunktet der Eidechse Löcher alter komm gleich mal ähm Alter hat dein Maul scheiß Skelett da das ist das ist das ist eine Eidechse die schnau sie ab Alter aber ich treffe sie nicht die ist so schnell ja und jetzt ist sie tot ja hat irgendwas gedroppt was nicht gewesen wäre komm ab in den nach unten Tower wo ist denn da einer folge mir ich bin der Master of the Zeit und wir haben noch sieben Minuten ich weiß ich weiß warum weißt du das weil sie jetzt auch mit Maul aus der Zeit spielen nämlich immer echt wie der nicht gleich ledert worden die scheiß Viecher oh mein mal Lukas sorry ja Tag also nach unten Tower läuft ja kein Eingang mag ich viel weniger aber das sind die Boten die 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 Bosse noch nicht so gut ja die aber dann auch erst ganz unten die Bosse hast du schon einen Eingang gefunden ach fick dich doch die Spinnen hier ihr könnt mich mal hast du einen Eingang? da gibt es keinen Eingang ok dann mach ich mir einen Eingang genau lol hab ich gleich mal einen richtigen Platz erwischt ich geb dir Rückendeckung ok äh spinne aua die kommen alle von oben also bitte hier nein die kommen von da drüben nö da liegt nix das ist alles tot was du jetzt macht er braucht sich jetzt noch meistens dumm wird ah DREK ich mache Lukas rennt rein und tötet alles mit seiner OP-Schwert leck boah sind es viele hier oh wei Spawner weg manche die Stiluten alte Uli Eisen gib mir Leder gib mir Leder Junge ich pack sonst nimmer Alter ich hab so viel Zeug in der Mitte ich muss auswählen warte mal warte mal ich tue mal eben kurz ausleeren hier bei mir was willst du Leder Leder habe ich leider gar kein mehr das ist echt scheiße weil da müssen wir uns jetzt in Oven craften oh ich leh jetzt auch mal aus geil ich geh mal kurz nach oben und schau mal hier oben rum ah das ist also der Grund für die Hauferten Viecher hier oben ah da ist das nervig unter Uli looted oben nein ich loote gar nicht oben gerade weil es mir zu dumm wird eine Eisensplitter kann man ja mal mitnehmen aber eine Achse oder ein Spritz oh da ist gleich 42 Kohleding wegen das hat sich gerade richtig rentiert dass ich mir hier oben meine Rüstung ein bisschen schrotten hab lassen also ich gebe auch runter ja ich gebe mit hallo Skelett totes Geld hallo Herr Torfbewohner Zombie oh nein ich will das Loch fallen oder kann ja gleich mal was reinhauen was ich nicht braucht Lukas ich habe jetzt so viel Zeug ich will gar nicht wissen wie viel es ist ja schön hallo Herr Skelett und das Lärmort ein Lärmort ein Lärmort hast du schon gekillt oder keine Ahnung Leck dort oh ich wäre fast runtergeflogen du hast du gekillt hast alles gekillt eine Gläge ein Gläge für den Arsch Alter wie es halt da unten wie sie da halt alle rausgeschissen kommen gell da war ich gerade wieder weg ja die Raufs die die hauen manchmal ab als Pussys sind ne der hat irgendwas gedroppt bestimmt ne ah jetzt kommt von oben schon die Zombies Alter das ist ein Feuer also Gast der Mob der mich runtergepustet der hat mich einfach runtergepustet der Uli zündet mich einfach an weil das so assig ist und mich gleich wieder krepiert gib mir Deckung gib mir Deckung gib mir Deckung es leckt leck leck Lukas was machst du ich muss davon laufen weil ich kurz vorm Krepieren war stehe ich gerade auf einem Fleck nein Scheiß ich laufe ich schaub in der PLN das was zum Essen Living Metal Helm gut ich kann hier noch ein bisschen was rein tun wo bist denn du ich bin ein Stockwerk über dir wahrscheinlich weil ich gerade noch mein Ding hier mach was kann ich noch wegschmeißen MRC, Stockopedia, das da was kommt gleich wieder meine Backpacks du kannst du auf dem Feld kannst du Sachen in den Backpack legen ah du sie blöden Viecher alle wie sie mich ankotzen gerade die Zombies die von oben runterfallen obwohl ich sind obwohl es wurde um kaputt gemacht haben war das ist der Lärmacht-Zombie was kann der kann ich worden oder ja und vor sich nicht nur ein Laufen ja ich stehe oben ich schaue dass der wenn er von oben wieder kommt ich muss dann wieder zum Bunker laufen gehen und wir haben auch zwei Minuten Brenne Living Metal Giant Sword komm hoch dann baue mal zu und äh beenden das ist heiß egal ok ich baue hier mal noch zu und damit uns nicht immer was auf die Birne fällt Raumabsichern ne ja wir sind voll die Pussy nee aber ich hab da echt kein Bock wenn ich dann Spawnlake hab ja was jetzt hier alter lass dich platzieren nur ich platziere dich da jetzt ja halt Alter das ist eklig da mach ich halt so dass ich nicht hüpfen muss dafür brauchst du mein Living Metal Giant Sword nee aber ich brauche einen Rucksack und Baumannofen ich habe leider ich habe schon wieder 25 Euro und Flash ja das ist so eine Arbeit die halt immer mehr 39 solcher wieder zum Verzaubern gehen echt jetzt also du bist dezent höheres Level als ich dezent alter da schlauwer steigen nicht alter der Qualität der KDM Quiver geht ja nur ich habe gerade ein Backpack eingesammelt oder nö ich hab mich gar kein Backpack weggeschmissen was mein Holz eingesammelt ja das ist wahrscheinlich die Sache ich hab hier Kohle reingelegt ich hab hier ich hab hier ich hab hier ich hab hier da reingelegt guck ich mal ob ich auch noch Zombiefleisch hab ja ja praktisch ne oh oh bitte hör auf zu legen hier ist Zombiefleisch also dann verabschieden wir uns ne ja würde ich auch mal sagen tschüss bis die Tage auf Wiedersehen tschüssi tschüss 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 tschüss